Nächste Ehrung für den Superstar. Bereits zum vierten Mal wurde Cristiano Ronaldo mit dem goldenen Schuh als Europas bester Torjäger ausgezeichnet. Der Portugiese erzielte in der vergangenen Saison 48 Tore in 35 Spielen in der spanischen Primera Division für Real Madrid. Es war sein dritter goldener Schuh, seitdem er bei Real spielt. Zuvor hatte der 30-Jährige bereits einmal bei Manchester United die Auszeichnung bekommen. Das ist ein besonderer Moment. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich will immer mehr. Ich weiß, dass ich der bisher Einzige bin, der vier Schuhe gewonnen hat. Aber ich will mehr. Ich möchte auch noch den fünften oder sechsten. Dafür müsste sich Ronaldo in dieser Saison aber noch steigern. In sechs von sieben Liga-Einsätzen ging der Stürmer leer aus. In einem Spiel traf er dagegen fünf Mal.